ja man könnte meinen wir sind hier in holland am keukenhof aber wir sind in deutschland und zwar im rhein kreis neuss im gebiet von grepenburg und zwar ganz in der nähe des paulus hofs hier gibt es nämlich einige riesige tulpenfelder die wir uns vor allem von oben beim flug mit der drohne ansehen und auch beim spaziergang durch beziehungsweise am rande der tulpenfelder parken ist übrigens überall rund um die felder möglich von daher auch für jemanden der jetzt nicht so gut zu fuß unterwegs ist gar kein problem tulpen selber pflücken ist übrigens nicht gestattet aber es gibt einen verkauf von tulpen direkt neben dem feld also nun viel spaß mit dem video und wer bis zum schluss durchhält bekommt noch ein paar super super schöne aufnahmen von wunderbaren tulpen also viel spaß so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.